Hallo und herzlich willkommen YouTube heute zu einem neuen Let's Play Ja, da Lauri und ich spielen The Bind of Isaac, wir spielen abwechselnd Und ja, wir starten gleich mal Ich hab das noch nie geschafft zur Mutter zu kommen Beziehungsweise habe ich hier vielleicht zwei Endgegner geschafft, das war auch das höchste Ich schieß glaube ich mit der... ne, ich schieß Falltasten, ja Ja, also Lauri kennt's wahrscheinlich noch gar nicht Nur vom Sehen, oder? Nur vom YouTube, seht ihr, äh, kennt ihr das? Ha, ich finde die so geil Ha, Schlüssel gleich Geht sterben Ich heule euch an Ha, da oben kommt einer Ha, Nerzen, das brauchen wir nicht Äh, Krone ist glaube ich Belohnungsraum, ja Teddybärenkopf Max Head Schießen wir noch größere Tränen Hohoho Scheiße Guck dir diese Klüpschaugen hin Also wir sind jetzt noch stärker und schießen größere Tränen Weil unsere Mutter hat den Kopf von Max getötet Also unseren Max getötet und ich verliere schon das erste Herzchen Bei einer scheiß Fliege Ach, perfekt Super Die Bombe gebe ich jetzt nicht aus für ein bisschen Geld Scheiße, scheiße, scheiße Ah, nein Ha, aber scheiße So ne Kacke Die Bombe hätte ich noch gebraucht Lauri, was fällt dir bei diesen Ah, ich hab mal Erfolg vorgeschalten Äh, was fällt dir bei diesem Kockenhäufchen auf? Ja, nun Schon richtig geil Das macht mich ja noch gefeuert Ja Ich weiß gerade gar nichts, von wem ich das jetzt mal gesehen habe Honeyball Genau Das macht mich so traurig Fuck, fuck Da hätte ich die Bombe gebraucht, so ne Pille, die kannst du einsetzen Ah, du weißt nie, was er bringt Die bringen immer unterschiedliches Zeug Hä? Ein Gegner Ja Der, Jack offline Wer ist, Fleiß, oder? Fleiß, oh Boah Ich, ist das eklig Summer Wie sollen wir denn treffen? Boah, ich hab Trefferhähler getrandet Aber eigentlich ist das ja gar nicht so schwer Super Trainer Beider macht zum Trainer, oh Schinkel Nein, da müsste ich rein stammen Hey, eigentlich ist das voll leicht Ja, das ist einer der leichtesten finde ich jetzt Geht noch recht kacke schwer Boah Ich bin traurig Sag mal, was kriege ich denn hier für Achievements grad? Ne Gürtelschnalle Ich hab ein Gürtel um mich Mein Leben, oder? Jetzt kommt's geil Musch aufpassen Truhe Geiler Altrum, oder? Rechts, links, geh mal links Ich hab aber Angst Ich hab aber Angst Ich hab aber Angst Ich sind so viele Lachgesichter Ja, beziehungsweise manchmal denke ich, die sehen auf mich Guck Also ne gewisse Intelligenz besitzen sie trotzdem noch Also ne gewisse Intelligenz besitzen sie trotzdem noch Ha, ich bin noch nie so weit gekommen Ich glaub ich müsste öfters trinken Nein Nein Beulenköpfe Nein Beulenköpfe Nein Die sind krank Wow Nein, Geld Ha, jetzt zum Glück hab ich nen Schlüssel, ey Radioaktiv verstreudelte Köpfchen Ja, Körper beispielsweise Köpfchen Nein, es war ein Immokörper Köpfchen Zehn Bomben Zehn Bomben Zehn Bombenkopf Ne, das Geld ist nicht wert Schade Hm Schade Das ist ein, äh Das sind versteckte Räume, die gibt's in jedem Level Der ist schon tot Das macht mich so traurig Was zehn das denn? Würpsche Ja, aber, was das nen Endgegner Also nen't, so nen Vortgegner Das macht mich happy Hey, wieso ist die kacke Häufchen da? Aha Das sieht aus schon i� targets Hm- geht weg geht weg ich fach dich geh nicht gleich zum entpost obwohl ich eigentlich schon könnte aber es könnte ja noch irgendwo was schönes sein scheiße Was ist das? Ein Arsch. Ein wirkliches Arsch. Der und sein Bauchnabel. Bauchnabel? Sowas willst du auch einfach mit dein Bauchnabel machen können, oder? Ach kacke. Ja, das war mein Herz. Einmal streichen und durch die Geschichte. Ha! Ich hätte nicht gehört. Hier haben wir irgendwo noch ein Herzchen rumliegen können. Links und geradeaus. Ja, aber ich hab hier noch ein Herzchen rumfahren. Das liegt da oben. Ha! Da hätt ich auch noch ein Herzchen. Na, das werd ich auch brauchen. Geht nicht. Es blutet. Ich hab Angst. Ich hab gesagt, ich brauch das Herzchen. Ich sag nix mehr. Kackehäufchen. Ja. Kackehäufchen. Und dann zu Smiles. Schon geiler Joke, oder? Ich glaub nicht, auch. Smiles macht mich drauf. Ich heule mit meinen fetten Tränen dieses Feuer aus. Dieses Feuer der Verdammnis. So, jetzt kann ich zum Boss gehen. Das macht mich so traurig. Ja, genau. Monstro. Hm. Sorry. Was? Was denkst du von dem Ding? Der ist so scheiße aus. Nein. Der sollte mal zum Arzt gehen. Mit so nem Reizhusten. Der ist eigentlich richtig einfach. Wenn man mal... Den überhaupt trifft. Au. Ja. Ja. Deswegen hoff ich jetzt. Ja. Ich bin froh drum. Sonst ist es gleich hier schon vorbei. Dann kann ich aber noch mal spielen. Nein. Weil ich gut bin. Ach, das war schon so krass. Ja. Ich darf schon nicht so weit kommen wie ich. Das kostet doch nicht viel. Das kostet glaube ich nur 5 Euro oder so. Und für das Geld lohnt sich's echt. Das ist immer mal so ein Zwischendurchspiel. 2 Grad. Ja. Herzchen. 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 Und? Das heißt Berlin. Echt jetzt? Ah, cool. Das heißt insgesamt 4 Leser. Neuer Alttraum. Haha. Sie scheißen ihn an. Oder sie blähen ihn an. Ich weiß es nicht. Was hat denn der Fallträume eigentlich, oder? Lück mal. Wenn du so Altträume hättest... Oh Maden. Au. Die tun auch schon weh. Ach komm ich bin schon inzwischen so verpeilt. Das liegt am Alkohol. Ach komm ey. Von die Klemme. Kack Maden da. Ha. So. Nächstes Problem. Ich hab Butter gekriegt. Das steht noch. Ja. Das ist ein Herz. Ach das ist glaube ich das. Ah ich verstehe nicht wie es schießt und so weiss. Ach das weiß ich auch. Ha. Ich hab den Rock freigeschalten. Weiß ich nicht. Steht da unten. Ich bin gut. Hehe. 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 So krieg ich hin. Wenn ihr mich nicht so hetzt. Hehe. Hehe. Die klappt. Das ist Sackgeschwer. Ha. Ich muss so zum Endgegner. Der Endgegner zunächst. Der nächste wird wahrscheinlich schwer. Ich denke nicht, dass es ein leichter wird. Oh, da oben könnte... Ne, ist kein Geheimraum. Hier, da. Dachte ich, das wäre ein Geheimraum. Oh, bitte kein Endgegner, bitte kein Endgegner. Pestbollen. Die Killer-Fleasher. Ja, genau so ist okay. Bleib da drüben. Zack. Onkel Fleasher. Hast du das gesehen? Nein! Ach, komm ey, könnt mich mal. Die flutschen so, weißt du? Puh. Da oben ist Spielraum. Was heißt? Mach mal nach, ob. Dass ich da... geil Geld verdienen kann. Aber? Auch geil Geld verdienen kann. Du brauchst schon Geld. Geld. Für Items. Zeige ich dir nachher. Goldener Belohnungsraum. Ach, Mann! Dann kann ich nämlich voll fit Geld... äh, Leben gewinnen. Ja, die Dinger haben Agro. Ja, die Dinger haben Agro. Ach. Pfff. Ach. Ja, da ist Belohnungsraum drüben. Find ich gut. Ich hole sie jetzt an. Puh. Betreffst du mich? Ja, Geld! Ja, ich hab noch einen. Schloss. Schloss. Willst du es wirklich wissen? Denk es dir einfach. Ah! Boah! Ah! William! Willst du es nochmal wissen? Aber du hast ja noch echtes Gegenteil gemacht! Ne, das wird so riskant. Du hast nur zwei Herzchen. Ja. Deswegen geh ich so runde zocken. Komm, rein. Nein, das war der Buyshop. Kacka. Ach, Kacke. Komm, wir geh ich zum Endgegner. Ich hab ja Mamas Ding da. Ich weiß aber nicht, was es bringt. Du kannst es einsetzen. Ja. Ich weiß gar nicht, was der Klotz da macht. Oh, ja, 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 ja. Oder teilt sich in ein paar kleinere Dinger auf. Ja, kommt. Ja, ha, ha, ha. Äh, ich teile es erst, wenn du die Mahn. Was auch immer das gebracht hat. Ah, cool. Sie segeln sich vor dir. Ja, will ich auch machen. Nein, du lieber die Mahn besuchen. Bevor die... ...hierer auf die Karte. Puh. Die sind ja schneller als die Mahn. Die sind ja schneller als die Mahn. Scheiß. Ja. Weißt du was, ich ramme jetzt einen Kleiderbügel in den. Ich kann nicht mehr, ich bin Adrenalin raus. Ja, so sieht's aus. Das ist doch ein Item, das war auch ein Item. Das Problem, ich treff da nicht. Wenn die so kotzen. Sieht mir aus. Sieht mir aus eher wie ein Nebo oder so. Das Geld hole ich...